Das neue Jahr 2023 hat begonnen und mit dem neuen Jahr gibt es auch einen neuen Euro-Katalog. Er hat jetzt mit über 800 Seiten einen Rekordumfang erreicht und er hat natürlich auch die neuesten 2-Euro-Münzen verzeichnet. Und in diesem Video möchte ich euch die spannendsten 2-Euro-Münzausgaben des Jahres 2023 vorstellen. Eine der spannendsten Münzausgaben dieses Jahres kommt aus Litauen. Der baltische Staat hat sich nämlich entschieden, eine Solidaritätsmünze zu Ehren der Ukraine zu veröffentlichen. Damit folgt Litauen dem Beispiel von Estland, das bereits im Jahr 2022 eine solche Münze veröffentlicht hat. Und auch Lettland will sich an einer solchen Ausgabe beteiligen, sodass es dann am Ende des Jahres 2023 insgesamt drei verschiedene Solidaritätsausgaben der drei baltischen Staaten für die Ukraine geben wird. Das Überraschungsmotiv des Jahres 2023 auf 2-Euro-Münzen ist sicherlich die 2-Euro-Münze aus Italien, die dem 100. Jubiläum der italienischen Luftstreitkräfte gewidmet ist. Dieses Motiv war im Vorfeld durchaus umstritten und es gab Diskussionen, ob ein solches militaristisch geprägtes Motiv überhaupt auf einer 2-Euro-Münze erscheinen darf, die ja doch früher oder später auch in anderen Ländern im Umlauf zu sehen sein wird. Schlussendlich gab es aber keinen Widerstand von anderen Euro-Ländern und diese Münze kann wie geplant erscheinen. Außerdem würdigt Italien im Jahr 2023 den Schriftsteller Alessandro Manzoni. Finnland wird 2-Euro-Sammler im Jahr 2023 mal wieder mit einem prächtigen und ausgefallenen Münzmotiv begeistern, nämlich zum Thema Naturschutz in der zweiten Jahreshälfte 2023 mit einem stilisierten Käfer. Aus Portugal kommen im Jahr 2023 gleich zwei 2-Euro-Umlauf-Gedenkmünzen, die im Hinblick auf die Gestaltung mal wieder als absolute Highlights zu bezeichnen sind. Es ist der Begriff Frieden in zahlreichen Sprachen auf dieser Münze aufgebracht. Außerdem wird Portugal den diesjährigen Weltjugendtag würdigen, der im Jahr 2023 in Lissabon in Portugal stattfinden wird. Ein Überraschungserfolg hat die Slowakei gelandet mit ihren 2-Euro-Münzen zu nationalen Erfindungen, die es auch auf dem internationalen Parkett zu Ruhm gebracht haben und deswegen wird im Jahr 2023 einerseits die erste Bluttransfusion in der Slowakei gewürdigt und im weiteren Jahresverlauf wird es eine Münze geben zur ersten Schnellpostverbindung zwischen Wien und Bratislava. Und auch Spanien ist im Jahr 2023 wieder mit von der Partie und führt seine sehr beliebte Serie der UNESCO-Welterbestätten weiter. Es wird dann die 14. Ausgabe in dieser Serie sein und es wird die Altstadt von Cathereth auf den Münzen gewürdigt.